Sehr, sehr scharf. Die machen mit richtigen Chiliflocken rein, mit Chiliöl und so. Also schon richtig saftig, wie du sagen würdest. Also tatsächlich auch innen drin. Sie lassen so viel Zeug da drin, dass es auch gut ist. Fourgirls Zujuk, leider echt leidend. Ich bin gerade nach Hause gekommen, spontan mit einer Freundin, gefrühstückt dann, unterwegs gewesen. Jetzt erstmal ein bisschen aufräumen. Und dann natürlich Daily Vlog schneiden. Wir haben gestern ein paar Sachen ausprobiert, ein paar echt leidende Sachen sogar. Seid gespannt. Und danach muss ich mal schauen, ob ich nochmal rausgehe. Ich bin müde, es ist heiß. Aber wenn ich nicht rausgehe, habe ich kein Material für heute. Übrigens hier, Kuss geht raus an den Stream. Wir haben ja neue Sachen. Ich habe ja neue Sachen in Auftrag gegeben. Badges, Sub-Emotes, Alerts und so weiter und so fort. Kleinigkeiten, aber das macht schon einen Unterschied. Und ja, gestern war ein super saftiger Stream. Kuss geht raus an die ganzen Subs und Follower und sogar Bits haben mal donated bekommen. Also, gestern war ein guter Stream. Wenn das so regelmäßig echt so gut läuft, dann ist geil. Dann ist gute Stimmung. Auf jeden Fall. Schaut vorbei. Freitag sind wir. Außer nächste Woche. Ich schaue mal, ob Tati einfach so Bock hat. Also auch ohne John Banks, weil John Banks ist in Malle. Und er wollte von dort aus auch ein paar ERL-Streams machen. Also, als Ersatz, falls Freitag nichts geht. Ich habe ein bisschen was eingekauft, Leute. Das hier habe ich bei Krispy Rub gesehen. Angeblich die krassesten Instant Ramen, die es überhaupt gibt. Von einem 1-Sterne-Koch. Und der eBay-Verkäufer hatte noch was im Repertoire von noch einem anderen Sterne-Koch. Das ist von irgendeinem Nakiryu Tantanmen. Und das ist von irgendeinem Tsuta. Habe ich mir beides gegönnt. Beides um die 40 Euro. Jeweils nur 5 Sets, 5 Bolts. Dann eine kleine Klimaanlage. Einfach so, falls es zu heiß wird, falls wir zu viele Leute sind. Und neue GoPro. Ihr wisst ja, die GoPro, mit der ich gerade aufnehme, macht irgendwie Faxen. Vor allem bei der Hitze hier, keine Ahnung. Irgendwie überlastet die, überhitzt sie. Und dann hört ihr, ihr setzt das Bild aus und ihr hört nur noch Ton. Habe ich mir gegönnt. Und ja, eine Couch will ich mir auch holen. Also, Joe meinte, wann hol mir eigentlich endlich die Couch? Habe ich voll vergessen. Aber ja, die Tische können weg. Ich habe hier noch einen Schreibtisch. Den muss ich irgendwie loswerden. Und die Tische kommen irgendwie in den Keller oder so. Weil Turnier, keine Ahnung, was mit dem Turnier ist. Aber wirklich brauchen tue ich es nicht. Und das ist eigentlich nur Platz. Und echt kann ich mir echt einfach eine Couch holen. So, schaut mal, Leute. Hier. Das sind die Crow, die ich bekommen habe von den ganzen Sachen, die ich gekauft habe. Und welche könnt ihr das erkennen? Vom Samstag genau. Für die GoPro zum Beispiel. Das waren die 149 Crow. Sogar 150 aufgerundet. Und für die Asia-Rahmen da aus Ebay 13 jeweils ungefähr Crow zurückbekommen. Und was hatte ich noch gekauft? Ah ja, die Klimaanlage. Da habe ich 61 Crow zurückbekommen. Und jetzt stellt euch mal vor, Crow geht auf 1 Euro oder so. Dann ist es auch super saftig. Also, ich bin sehr zufrieden mit der Karte. Und im Video morgen gibt es ein bisschen mehr dazu. Da erzähle ich euch, wie ich die Karte so finde. Wie ich das mache mit dem Aufladen und so weiter. Aber die Folge dreht sich eigentlich so um Sachen kaufen. GoPro gekauft. Schauen wir mal. Ein bisschen Klimaanlage. Noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, ich hole mir noch diese Sugar Dad oder Sugar Gang Box für die Jungs. Weil die für ein Naschig Box kam gut an. Hat auch geschmeckt und hat Spaß gemacht im Stream aufzumachen. Also, können wir uns noch eine Box holen. Ich benutze sogar den Link von Monto oder so. Geh mal Monto ein bisschen was. Auch wenn das nicht braucht. Und dann machen wir. Zeige ich euch jetzt noch die Box, die wir aufgemacht haben. Luchess, die ist natürlich auch am Start gewesen. Kuss geht raus an die Ehrenmänner. Link ist unten in der Beschreibung. Und viel Spaß dabei. Damit, wir sehen uns beim Outro wieder. Luchess. Weiter geht's. Luchess ist wieder am Start. Danke für euch. War es Danke für euch, oder? Danke an euch. Sorry. Luchess. Wie ist das Geheimnis? Was soll denn das, Mann? Weiß ich davon. Bisschen Spannung, Alter. Bisschen. Schaust du dir so rein, was du da haben? Eins nach dem anderen, Tati. Nein, ich nehme dich an. Das Spiel. Das Spiel. Das Spiel. Das Spiel oder was? Ja. Es ist so wie... Oder so Story? Es ist so wie... Ach, sorry mir. Alter, Flugel. Danke für den Follower. Es geht. Es geht. Ab auf die Wand. Alter, Flory. Z30, Alter. Komm her, Mann. Mein Gott, ist das... Das ist krass. Mein Gott, Captain America, oder? Ich sehe es dann sofort. Das ist so eine Trinkflasche, Mann. Oder? Perfekt mit dem Autografen zu schauen, Mann. Mein Gott, das ist aus diesem Kassenstahl, oder? Unzerkörbar, Mann. Wie sein Schild, oder? Entschuldig. Ernst, geiles Teil. Mappetier rein, Mann. Krass. Also wenn es keiner von euch wirklich will, ich nehme es safe, Mann. Aber weiter. Ich hab gar nichts gesagt, wenn es keiner von euch wirklich will, weiter. Wieder ein legendäres T-Shirt für den Tati. Oh, yes, Alter. Oh, yes. Das ist so Summertime, Alter. Ich sehe es jetzt schon. Schönen, oder? Summertime. Schau mal an, hier ist Urlaub-Feeling, Mann. Ist das, Alter? Hawkins. Oh, Alter, Hawkins, Mann. Von Stranger-Dings, Mann. Geiles Teil, Mann. Leucht. Oh, okay. Mach weiter, Mann. So, jetzt Cosmetic Tasche. Mein Gott, Game of Thrones. Game of Thrones, Mann. Ah, du, 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 du... ... du, 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 du... ... du, 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 du. Du, 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 du... ... nicht schlecht, nicht schlecht. Was Weinkoll? Das kann ich nicht mal aus. So, und dann haben wir eine geile Taste, Alter. Du hast doch Horn-Out Horn-Out, ist ja kass Machen wir auch Geh, ich schaue schon cool an Kass Der sieht aus wie von My Hero Academia der Typ Schaut ihr, kennt ihr den? Der Durchsichtige Nein, nein, der sich durchsichtig machen kann Der Nummer 1 Student, der Wie heißt der? Kannst du Der mit der Brille, dieser Freund von All Might Der Sir Night Eye oder so Mein Gott, wie weit seid ihr, Mann? Oh mein Gott, der ist Schapel 20 Nein, ja So, dann haben wir noch Was kleines hier zum snacken Oh mein Gott, dann ist wieder so saure Dinger da Das ist schon Toxic Waste Oh mein Gott, Candy Wie hatten wir schon mal Für den Mary American Candy, ja? Oh mein Gott, was ist das? Und eine Lowkey Postkarte, Leute Oder Lowkey, Alter? Ich bin sehr Lowkey Rechts Ich habe gehört, das soll krasses Erden sein Ja Soll echt krasses Erden sein Ja Alles klar Luchas, wie immer danke für die Box Vielen Dank, Mann War ein paar geile Sachen mit dabei Auf jeden Fall safe Krasses Teil, aber das ist das hier Yo, ich bin wieder zurück Outro, das war's von mir, Leute Und von uns, der Box Dies ist das Schaut's gerne in den Live Streams vorbei Jeden Freitag, wenn's geht Und ansonsten natürlich will man liken, subscribe und kommentieren Folgt mir auf Instagram Investiert in Bitcoin, DFI, Cashflow generieren Und das war's von mir, Serious Business Und Ciao